Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem weiteren Video von Elliot Waver Live. Hier ist der Frank Schuh und es geht um Microsoft. Ich habe eine präzise Microsoft-Analyse erstellt. Und tja, Microsoft hat ja auch Zahlen in der vergangenen Woche rausgebracht und hat geglänzt und überzeugt. Und man sollte meinen, das sieht gut aus. Schauen wir mal, was die Wellen dazu sagen. Ist das so oder wackelt dieser Gigant gerade noch? Hier oben haben wir eine große Welle 1 beendet im Juli diesen Jahres bei 366. Das war wahrlich das Allzeithoch dieser Aktie und die haben hier richtig zugelegt gehabt. Und die bringen ja auch im Gegensatz zu Google Bart hier mit Bing und ChatGPT wirklich einiges Neues auf die Bahn gerade. Und in diesem, ja, auf dieser Welle reiten sie gerade noch. Und die Welle, auf der sie reiten und geritten sind, ist einfach nur jetzt aktuell diese Korrekturwelle X. Was sehen wir hier eigentlich? Hier eine Welle 1 geht zu Ende. Das bedeutet, es folgt eine Korrektur. Eine Korrektur nach Elliot Wave kann sich natürlich auf unterschiedliche Weise ausbilden. Das kann eine ABC sein, eine normale Flat-Korrektur. Oder in dem Fall sieht es nach einer Double-3, einer Double-Combination aus. Und das ist dann eine sogenannte WXY-Korrektur. Die zeichnet sich dadurch aus, dass auch hier innerhalb der Welle W wir ebenfalls eine dreigeteilte Bewegung haben. Hier in dem Fall eine ABC. Auch das dürfte nochmal eine WXY sein. Aber in dem Fall haben wir hier eine 5-gliedrige A, eine 3-gliedrige B und eine kleine 5-gliedrige C gemacht. Hier war eine kurze B, es kam eine kurze C. Und hier in der Welle X haben wir dann auch eine A, eine B und eine C. Die ist 3-gliedrig. Und dann kommt nochmal eine 3-gliedrige Y-Welle. Hier in dem Fall kann jetzt hier eine ABC in dieser Welle Y sich entwickeln. Oder auch das kann eine WXY werden. Kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, weil wir sind ja noch nicht hier in diesem Bereich unterwegs. So, also jetzt für uns gerade aktuell ist interessant, was sich jetzt hier gerade tut. Ich gehe mal in den Stundenchart. Hier ist die Welle X. Die hat hier unten begonnen. Und wir sehen gerade, wie wir in einer ABC hier hochlaufen. Und da sehen wir, wenn wir es nochmal genauer anschauen, dass diese Welle B jetzt dabei ist, fertig zu werden. Die kann jetzt bald zu Ende gehen. Vielleicht am Montag, am Dienstag kann diese Welle B zu Ende sein. Natürlich, wenn man jetzt auf Zack ist und auch in der kleineren Chart-Ebene vielleicht noch ein bisschen sich umschaut, dann kann man hier einen Einstieg finden. Die Welle B macht gemeinhin eine Korrektur im Bereich 50% bis 88%. Hier ideal ist sie aufgehoben bei 61,8%. So, jetzt ist es ein bisschen schwierig vom Chancen-Risiko-Verhältnis her, denn hier unten ist die MOB, die Make-or-Break-Linie, und da ist das Risiko ziemlich groß. Man muss also hier quasi einen, in Anführungsstrichen, Testballon starten, hier im Bereich, der nicht so tief geht. Da hat man zwar ein größeres Risiko, wieder aus dem Markt gekriegelt zu werden, aber man bekommt noch ein vernünftiges Chancen-Risiko-Verhältnis hin, um das hier nach oben zu handeln. Oder sie verzichten da drauf und gehen lieber oben in den Markt. Das zeige ich Ihnen noch mal kurz hier. Dann haben Sie oben eigentlich Ihren Stopp. Oberhalb der 88,7 können Sie Ihren Stopp setzen, über der Welle X. Und dann handeln Sie natürlich das große Stück nach unten. Das lohnt sich dann. Das würde ich eher empfehlen. Das andere kann man machen, ist aber bei weitem nicht so lukrativ. Denn hier steht uns noch mal bevor, von hier oben ein Abverkauf über 81 Punkte, das kann etwas weniger sein, das kann aber auch deutlich mehr sein, also im Mittel 81 Punkte. Bei einer Aktie, die im Moment aktuell bei 329 steht, da ist das ein Viertel des Marktwertes von Microsoft. Das heißt, auch wenn die jetzt noch auf dieser vermeintlichen Erfolgswelle schwimmen, auch an denen geht das, was gerade an konjunkturellen Schwierigkeiten in der Welt ist, nicht spurlos vorbei. Die werden auch davon betroffen sein. Und alle Analysen, die ich jetzt gemacht habe und auch die weiteren, die ich noch machen werde, haben alle das gleiche Muster. Wir machen noch mal jetzt Richtung Jahresende. Ob das wirklich bis Jahresende hält, ist noch gar nicht sicher. Kann aber sein. Da machen wir noch mal ein paar Punkte hoch. Das sieht dann sehr schön aus, weil selbst diese Bewegung hier sind ja auch noch mal 31 Punkte. Das ist ja gar nicht so wenig, wenn man die nimmt. Und das machen auch die anderen Tech-Werte, die anderen Aktien, die Indizes und so weiter, die machen das auch mit. Aber dann, dann kommt erst mal das Tal der Tränen und zwar über mehrere Monate, indem wir dann runtergehen. Hier in dem Fall in diese Welle 2. Schauen wir mal das ganz große Bild an. Wie geht es dann weiter? Von dieser 2 ausgehend geht es dann hier in die Welle 3 erst mal. Die ist jetzt so weit weg. Hier lohnt es sich dann auf jeden Fall einzusteigen. Oder was natürlich passieren kann, dass wir durchbrechen, durch diese Make-up-Ricklinie hier purzeln und diese Welle 2 wieder aktiviert wird. Und die Welle 2 wäre dann nicht fertig gewesen. Sondern würde sich hier dann irgendwo nach rechts und noch tiefer versetzen. Dann kracht es richtig. Das ist momentan in mehreren Werten so zu sehen. Aber das ist jetzt zu früh, das zu beschwören. Von daher lasse ich das mal sein. Dann wäre das eine A, B, eine überschießende B und dann eine umso stärkere C. Und wir würden Kurse sehen im Bereich unter 180 oder noch deutlich tiefer. Das könnte genauso gut passieren. Hier die Welle 2 hatte nur 41% gemacht. Die hätte noch Luft nach unten. Aber das schert uns nicht jetzt. Denn im Moment können wir ja erst mal hier Geld verdienen, indem wir jetzt versuchen, diese Bewegung hier mitzunehmen in der Welle 2. Und wie ich schon eben eingangs sagte, ja, das hier ist auch möglich. Würde ich aber auf kleineren Zeitebenen machen. Der Stopp, der hier zu setzen ist, der ist, finde ich, etwas zu groß für das, was ich auf der Oberseite erwarten kann. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber möglich ist es. Achten Sie aufs Risiko, das hier ist keine Anlageberatung. Immer den Risikohinweis in der Beschreibung lesen und beachten. Und ganz besonders möchte ich hinweisen, hier die täglichen schriftlichen Marktanalysen von Elliot Weaver Live. Die mache ich alle selber mit der Hand. Da ist kein Automatismus oder irgendwas dahinter. Alles selbst gemacht. Sehr viel Arbeit und Präzision steckt dahinter in diesen Analysen. Und jeden Tag zum Börsenschuss steige ich wieder tief ein in diese Analysen, bringe die auf den neuesten Stand und lade die für Sie hoch. Sie können diese Analysen buchen auf der Seite elliottweaver.live und dort können Sie die alle täglich zum Frühstück dann, beziehungsweise schon am späten Abend oder Mitternacht, können Sie die schon alle einsehen und wissen schon bereits, was der Tag Ihnen beschert. Wenn Sie alle neuen Märkte buchen für zwölf Monate, dann erhalten Sie ganze 50% Rabatt. Das ist der beste Deal, den man machen kann. In anderen Zahlungsformaten oder Zahlungsweisen gibt es auch Rabatte, aber bei der jährlichen halt ganze 50%. Ich freue mich auf Sie und wenn Sie dieses Video mögen und wenn es Sie weiterbringt, dann liken Sie, kommentieren Sie und abonnieren Sie auf jeden Fall diesen Kanal, denn es kommen viele weitere spannende Analysen für Sie. Alles Liebe, der Frank Schuh von Elliot Weaver Live.